Ja, hallo. Ich komme. Haben wir bloß was gelesen wegen der Hitze oder irgendwie? Nein, das ist bei dem Ding scheißegal. Es funktioniert immer, egal ob quer, senkrecht, rauf, runter oder hinterm Rücken, es ist immer da. Aber wenn ich die Buchse so anschaue, das muss ja ein Mörderstecker sein. Ja, das ist ein Großtuchel, der in so ein spezielles dickes Netzteil reingeht. Das ist ein Netzteil, wo die Röhrenspannung abgelegen wird und von da aus geht dann erst das Audiosignal raus. Da hier wird erstmal mit einem Spezialkabel dann die Röhrenspannung geregelt und so weiter und so fort. Das ist also schon, die Halterung von dem Mikrofon ist auch ziemlich grobschlechtig. Aber es ist einfach unglaublich gut. Und wenn man es noch gibt, es gibt nicht mehr viele auf der Welt, die noch funktionieren, leider. Und viele versuchen es nachzubauen. Es gibt ein paar sehr gute Mikrofone, die so in die Nähe kommen, aber das Ziel erreicht geiler. Naja, das war es dann mit diesem wunderschönen Mikrofon. Und das war es auch schon mit diesem wunderschönen, tollen Beitrag mit Sigi Bem. Es war mir ein Vergnügen, ich meine, man hat Spaß gemacht, Frankie Boy. Mir auch.